Liebe Zuschauer, Hawk und sein Superhubschrauber Airwolf liegen heute wieder einen besonders gefährlichen Auftrag. Diesmal allerdings sozusagen in eigener Sache. Die Ehefrau eines seiner besten Freunde bittet ihn, ihren Sohn Terry zu befreien. Er sitzt unschuldig verurteilt in einem Gefängnis von Santa Paula. Jedoch die Befreiungsaktion läuft schief und Hawk sitzt nun selbst. Sie sehen, es wird wieder sehr spannend heute Abend. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung nach der Werbung. Vielen Dank.